Ja, willkommen zu einem neuen Stand der Dinge Infovideo. Wie du sicherlich gemerkt hast, ist im Januar nicht viel passiert. Ich habe auch ehrlich gesagt nur zwei Aufnahmen im Januar gehabt, das war einmal am 2. Januar, war das am 2. oder am 3.? Weiß ich gerade nicht. Da haben wir Viscera Cleanup Detail aufgenommen, ich komme mit dem Wort irgendwie nicht klar. Und heute habe ich ein bisschen Titan Quest aufgenommen. Minecraft habe ich noch ein bisschen auf Reserve gehabt, das geht schon noch. Zumindest was den Februar angeht. Der Grund dafür ist ganz einfach, denn ich ziehe um. Also zum 1. März ziehe ich um, das heißt ich muss noch ein bisschen was organisieren, weswegen mein Kanal ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Er dümpelt ein bisschen vor sich hin. Das wird sich leider im Februar höchstwahrscheinlich auch nicht ändern, vielleicht auch Anfang März. Ich weiß nicht genau, wann alles vonstatten gehen wird, wann alles geschehen wird. Ich hoffe, dass ich auch ein bisschen eher in die Wohnung rein kann, dass ich mit den Renovierungsarbeiten schon beginnen kann, dass das Ganze ein bisschen flotter vonstatten geht, denn da muss noch einiges gemacht werden. Nichtsdestotrotz habe ich gestern meinen Internetvertrag noch abgeschlossen für den Internetzugang an der neuen Wohnung. War enttäuscht, dass ich in eine Großstadt ziehe und an dem Haus liegt nur eine 16 Mbit Leitung, kann man ja so sagen. Also 16 Mbit Upstream und 2,4 Mbit Downstream sind das glaube ich bei der Telekom. Habe ich auch gebucht, allerdings mit dem Hybridzusatz, das heißt es wird noch LTE dazu geschaltet, dass man auf bis zu, ja dieses magische bis zu, das geht mir irgendwie auch auf den Keks, aber naja garantieren können sie es halt nicht. Wenn ich bis zu 50 Mbit Downstream habe und 10 Mbit Upstream. Und laut den Erfahrungen soll diese Upstream auch wirklich schaffbar sein, ohne große Probleme. Da freue ich mich besonders drauf, denn das heißt natürlich zwei Dinge. Einerseits wird meine Uploadrate stärker frequentiert werden, das heißt ihr bekommt mindestens ein Video pro Tag, ein, zwei Videos wahrscheinlich. Drei weiß ich nicht, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, denn ich habe auch ein eigenes Büro jetzt. Ich habe mal ein Zimmer mehr dazu genommen und habe da dementsprechend meine Ruhe und kann den ganzen lieben langen Tag, wenn ich nicht gerade arbeite oder schlafe oder sonst irgendwas mache, fröhlich Videos aufnehmen. Das ist das eine. Andererseits ist es natürlich auch cool, dass ich durch den gestiegenen Upload, also ich muss natürlich erstmal gucken, ob das Ganze so funktioniert. Das ist jetzt so meine Idealvorstellung, die ich jetzt gerade vor mir gebe, dass ich die Videos qualitativ besser gestalten kann. Damit meine ich jetzt nicht besser gestalten in Form von Videoeffekten oder so, sondern einfach in Form der Auflösung und der Bildwiederholrate, denn ich würde ganz gerne mit 60 Frames pro Sekunde aufnehmen und das Ganze dann auch hochladen. Und ja, wie ihr sicherlich denken könnt, doppelte Bilder pro Sekunde gleich mehr Speicherbedarf. Das heißt, die Videodateien werden größer. Gerade bei Titan Quest wäre das gerade unmachbar, weil die, also da wo ich jetzt unterwegs bin, sind die Dateien wieder so 2-3 Gigabyte groß und das nur bei 15 Minuten. Ich werde wieder auf 20 Minuten Videos gehen. Allerdings möchte ich jetzt euch nicht zu lange zappeln lassen. Deswegen habe ich ja die Videos, glaube ich, vor einiger Zeit schon auf 15 Minuten begrenzt, damit halt mehr bei rumkommt. Ja, das sind die zwei Dinge, die sich dann positiv wahrscheinlich für euch ändern werden. Wann das natürlich anfängt, weiß ich nicht. Das hängt davon ab, wie die Renovierungsarbeiten vorangehen und wie schnell die Telekom den Zugang geschaltet kriegt. Da habe ich nicht so gute Erfahrungen mit, aber ich bin mal gespannt, dass ich spätestens Mitte März, ja, aller, aller spätestens um Ostern rum, das ist ja Ende März, meine ich, dieses Jahr, wie ich mich wieder um meinen Kanal kümmern kann. Ja, so lange müsst ihr halt ausharren. Ich versuche natürlich ein bisschen auf Vorrat zu machen, ein bisschen zu strecken, um die Zeit nicht ganz tot zu erscheinen lassen. Nee, warte mal, tot erscheinen zu lassen. So, ist, glaube ich, grammatikalisch richtig, ne? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Naja, egal. Ja, das dazu. Also, ne, wenn im Februar, März, wenn es immer noch so eine Flaute wie jetzt im Januar sein sollte, dann tut es mir leid. Ihr wisst allerdings, woran es liegt und, ja, Besserung ist auf dem Weg. So kann man das, denke ich, formulieren. So, dann möchte ich noch ein bisschen auf die Projekte eingehen, weil ja immer wieder gefragt wird, wann etwas kommt und ob überhaupt noch etwas kommt. Und, ne, möchte ich mal gerne darauf eingehen. Also, zu allererst, Rift wird nicht mehr kommen. Ähm, zumindest dieses Jahr nicht mehr. Vielleicht habe ich nächstes Jahr Bock. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich spontan Bock. Aber nein, ich, ich verneine erst erstmal. Ich, äh, werde Rift im Moment. Ich spiele nicht mit dem Gedanken, es nochmal anzufassen momentan. Ähm, dann haben wir noch Painkiller. Das ist mein zweites Sorgenkind. Ja, da habe ich die Save Games. Sie ja, ich habe die, ähm, Abandoned Factory auch erfolgreich aufgenommen vor meiner Heiserkeit. Ähm, allerdings, äh, dadurch, dass ich vorhin Together aufgenommen habe, waren die Soundspuren nicht da, weil ich was umstellen musste. Ich, Idiot, habe es natürlich vergessen. Dementsprechend habt ihr ein Video komplett ohne Sound. Also, ich könnte es nachkommentieren, dann würde der Spielsound allerdings fehlen. Und, äh, da waren schon zwei witzige Situationen dabei, die ich so nicht mehr wiedergeben kann. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich schmeiße das Video weg. Ich mache den Level nochmal. Ähm, allerdings weiß ich nicht, ob das vor dem Umzug noch stattfinden wird, weil das Spiel, also mir ist wieder aufgefallen, das Spiel ist ziemlich hektisch. Und, äh, ich bin da irgendwie, wo ich damit angefangen habe, besser mit klargekommen als jetzt. Vielleicht liegt es an der langen, ähm, ja, an der langen Pause, was Painkiller angeht, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam mir das Spiel sehr stressig und hibbelig vor. Ähm, musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber es ist nicht abgebrochen, nochmal ganz offiziell. Es, es wird irgendwann kommen. Äh, ich kann nur noch nicht versprechen, ob es vor dem Umzug kommt, ansonsten halt danach. Ähm, ja, Titan Quest, wie gesagt, habe ich ja erwähnt, glaube ich, oder? Habe ich das vorhin erwähnt? Äh, habe ich heute noch aufgenommen. Das heißt, die nächste Woche, ne, auf Video, äh, Hochlade-Datum achten. Ähm, äh, die nächste Woche ist quasi gesichert. Ähm, ansonsten Viscera Cleanup Detail weiß ich gar nicht, wie viele Folgen ich noch habe. Ich habe das noch nicht fertig enkodiert. Äh, es werden vielleicht 10 oder 11 in Summe. Ich bin mir nicht so sicher. Ähm, dann habe ich noch, was habe ich noch? Ach ja, Vanilla Minecraft, ähm, geht ganz normal weiter. Ähm, da habe ich noch ein bisschen was, äh, auf der Platte. Ich glaube, ähm, jetzt muss ich kurz rechnen. Es sind nicht, äh, vier Parts, sondern... Ne, warte mal. Sieben Parts sind es. Ja, sieben Parts hätte ich noch. Ähm, das könnte ich natürlich super strecken, indem ich Minecraft nur einmal die Woche habe. Dazu sage ich gleich einmal noch was. Ähm, ansonsten habe ich gar keine Projekte mehr, ne? Äh, ehrlich gesagt, das ist schon traurig, wenn man, wenn man die eigenen Projekte aus seinem Kanal gerade nicht kennt. Ich mache das hier auch gerade ziemlich spontan, weil ich euch einfach informieren will, was da gerade los ist. Äh, ne, ich glaube, sonst habe ich da gerade gar nichts. Ansonsten, ja, diese ganzen spontanen Sachen, wie der Name schon sagt, die sind spontan. Und da sollte man keine Regelmäßigkeit erwarten oder überhaupt erwarten, dass da noch irgendwas kommt. Äh, wie zum Beispiel mit Blaze Rush. Das war ganz witzig. Äh, Viscera wird, äh, der Pesti in der nächsten Folge aufnehmen. Ähm, also wir spielen die, äh, Maps immer komplett am einen Stück. Und er wird sich dann um die nächste Aufnahme kümmern. Da habe ich nichts mehr mit zu tun. Ähm, also Viscera ist dann mit dem Level abgeschlossen bei mir. Dann, ähm, habe ich glaube ich gar nichts mehr. Ähm, nicht, dass ich wüsste. Ähm, ansonsten... Gibt es zu meinem Projekt noch was zu sagen? Ich denke nicht. Also wie gesagt, ich werde ein bisschen strecken und gucken, dass ich bis zu meinem Umzug, äh, ein wenig über die Runden komme. Um das jetzt mal so auszudrücken oder so zu formulieren. Ja, das war das. Ähm, ansonsten könntet ihr mal... Ich werde da noch ein eigenes Video zu machen, weil ich da noch was ändern muss. Allerdings will ich schon ein bisschen teasern. Und wer bereit ist, was, äh, da zu tun, kann das natürlich schon machen. Ähm, und zwar geht es darum... Ihr habt ja schon seit längerer Zeit gemerkt, dass ich seit Oktober oder so keine Werbung mehr schalte. Oder November. Hm, weiß ich auch gar nicht mehr. Ich bin total planlos. Äh, könnte eigentlich mein zweiter Nickname sein. Ähm, nee, ähm, ich, äh, schalte ja keine Werbung mehr. Ähm, hab dann beim Liebenpasti gesehen, dass bei ihm Patreon eigentlich ganz gut angekommen ist. Hab dann auch mal versucht, eine Seite zu bauen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach mal durchlesen. Da sind noch ein paar Fehler drin. Ist noch nicht ganz final. Also das grobe Gerüst, das bleibt so. Da wird sich nichts dran ändern. Aber es sind noch ein paar Feinheiten, die sich jetzt geändert haben. Die werde ich auch noch ändern. Ähm. Ja, schaut einfach mal vorbei. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Ähm, ihr könnt natürlich gerne Feedback da lassen, was ich noch machen könnte, was ich an den Rängen machen könnte. Oder, oder, oder. Äh, wer natürlich, äh, findig ist, der wird, äh, merken, dass die Tears oder die, ähm, doch Tears nennt man das. Äh, indem ihr spendet, äh, spenden könnt, äh, an Titan Quest angelehnt sind. Da gibt es einmal den normalen Spender, den epischen Spender, aber für den legendären Spender habe ich noch nichts gefunden, was man da Sinnvolles machen könnte. Wie gesagt, ähm, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt das einfach. Entweder hier in die Kommentare, per PN, per Twitter, per, keine Ahnung. Ihr werdet mich schon irgendwie erreichen. Daran soll es nicht scheitern. Gut, ähm, gibt es sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Wenn noch Unklarheiten sind, stellt eure Fragen einfach unter diesem Video hier. Äh, vielleicht finden sich auch genug Fragen, dass man so ein Frage-Antwort-Video machen kann. Die sind ja auch immer ganz witzig. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, äh, ja, Sonntag, bevor es morgen wieder auf die Arbeit geht, zumindest bei mir. Und, ähm, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ist mal.